Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier am Freitag, dem 19. Februar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 958 und heute habe ich euch die folgenden Themen mit Threema, Splatoon 3, Australien, Apple TV App und Android 12. Ich beginne gleich mit Threema, dem sicheren Schweizer Messenger, der mittlerweile Open Source ist und die haben auf dem eigenen Blog einen sehr, sehr interessanten Beitrag, am Anfang einfach und dann auch ein bisschen technisch gegen den Schluss zu, über Multi-Device. Das ist ja eines der Dinge, die die App noch nicht kann. Threema hat sich ja schon mehrfach dazu gemeldet, weshalb das bis anhin nicht ging. Jetzt haben sie anscheinend die Lösung gefunden und die nennt sich Mediator-Server. Was das genau ist, wie das funktioniert und auf was wir uns freuen können, das könnt ihr wie gesagt da nachlesen. Link dazu ist wie immer bei uns in den Shownotes, geekdaily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens, da haben wir einen Link für euch hinterlegt. Dann hat Nintendo im Rahmen der Nintendo Direct Splatoon 3 vorgestellt. Da freue ich mich doch schon drauf. Mit Farbe eine Wüste einsprähen. Splatoon 3 geht quasi in Richtung Mad Max. Ein richtig schöner Trailer. Wer mag, darf den natürlich gerne auch anschauen. Hat mir natürlich auch verlinkt. Ich finde das Spiel herzig. Es ist nach wie vor im gleichen Stil wie die älteren Titel gehalten. Einfach jetzt wie gesagt in der Wüstenstadt. Ich bin gespannt. Aber man darf warten. Es wird 2022 bis es soweit ist. Dann hat Google und Facebook ernst gemacht in Australien. Da gibt es das gleiche wie, ach wie hieß es bei euch in Deutschland, das Leistungsschutzrecht, was man durchboxen wollte. Das hat in Australien besser gefruchtet. Und somit hat jetzt Google mit den ganzen Medienhäusern Kontakt aufgenommen, nachdem sie mit einer Sperre gedroht haben, der Suchmaschine. Facebook ist da restriktiver und hat einfach mal die ganzen Seiten gesperrt. Es ist auch nicht mehr möglich, dass man Seiten, also von Firmenseiten, Dinge teilen kann über Facebook. Und auch der Messenger, also Nachrichtengeschichten, sollen nächstens nicht mehr gehen. Facebook hat einen kleinen Fehler gemacht und gleichzeitig auch noch die ganzen öffentlichen Geschichten, also wie Governance-Seiten, Polizei, Feuerwehr etc. Und die konnten dann ihre Corona-Geschichten nicht mehr streamen. Also von dem her sehr schade, aber Facebook meinte, sie wollen die wieder freischalten. Mal schauen. Zuckerberg macht sich weltweit Freunde. Dann gibt es tolle Neuigkeiten. Also Neuigkeiten sind es nicht, weil angekündigt schon länger. Aber auf Anfang des Jahres vorangekündigt auf dem Chromecast mit Google TV. Link mit einem Video, mit meinem Unboxing-Video und zum Testbericht findet ihr natürlich auch in den Shownotes mit drin. Die haben jetzt die Apple TV App bekommen. Das heisst, Apple TV Plus kann man ab sofort auch auf dem Google Chromecast schauen. Man muss sich nicht mehr ein Apple TV kaufen dafür. Es kann jetzt direkt auch auf dem Google TV tun, wie auch auf vielen aktuellen, neueren, grösseren Fernsehern. Gerade passend dazu ist natürlich, dass am 19. Februar, also heute startende For All Mankind, da haben wir im Geek Talk News Format, was gestern rausgekommen ist, darüber gesprochen. Auch da ist ein Link dazu mit drin. Wer sich das noch nicht angehört hat oder nicht kennt, einmal reinhören. Die haben nämlich auch ein zusätzliches Podcast-Format dazu gemacht. Hört mal rein. Link, wie gesagt, ist in den Shownotes drin. Und zu guter Letzt gibt es noch Neuigkeiten zu Android 12. Google hat bekannt gegeben, was da alles mit drin sein soll und was da, oder zumindest ein Teil davon, auf was ein Fokus gelegt wird. Und logischerweise müssen sie bei Apple ein bisschen nachholen oder in Richtung Apple nachholen. Der Fokus soll auf Datenschutz und Sicherheit liegen. Ich bin da mal sehr gespannt, wie restriktiv sie das umsetzen werden. Es gibt aber vor allem den Zeitstrahl. Also Februar bis April ist die Developer Preview, also Entwickler können da mit rumspielen. Ab Mai circa gibt es dann die Beta-Releases, die in regelmäßigen Abständen rauskommen. Das geht bis in August rein und dann wird schon die stabile Version draussen sein, wo eigentlich die meisten Abis und sonstigen Zugänge mit drin sind, so dass dann die Entwickler noch Zeit haben, sportlich, im knappen Monat, um ihre Apps anzupassen auf die neue Plattform. Ich bin mal sehr gespannt, was damit wird und auf welchen Geräten das so schlussendlich einsteigt oder draufkommt oder wie auch immer. Das war's mit den Neuigkeiten und meiner für den Achim eingesprungenen Woche. Nächste Woche hört ihr wahrscheinlich wieder mich. In diesem Sinne euch ein schönes und erholsames Wochenende oder wenn ihr arbeitet ein abendsintensives Wochenende. Und bis bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geektop. Hört mehr Geektop. Hört mehr Geektop. Hört mehr Geektop. Vielen Dank.